Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Borussia Dortmund U23 Dritte Liga 2020-2023, zweiter Spieltag Borussia Dortmund U23 gegen Ingo Stad 0-4 Endgebnis 0-4 Stad 11 von Borussia Dortmund 2 Borussia Dortmund U23 Entschuldigung Upa Hauen Papadopalos De Dampf Koti Patti Schmieg Pfanne Drama Kamerah Angig Ebra Wein Blomann Frank Frank Stad 11 von FC Ingolstadt 0-4 Funk Kosti Musalu Bakalman Panke Stripri Schreik Brüll Der Dumbadier Hart Schmied Testortet Das war's von Borussia Dortmund U23 gegen FC Ingolstadt 0-4 Uhrzeit 12.57 Uhr 17.23 Uhr Stripri Stripri Pasade Um